Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin natürlich auf Diagnachen Ticket und heute habe ich das Spiel 8 Ball Pool. Viel Spaß! Und los geht es. Voll mit rein. Dann drehen wir hier einmal am Rad. Oder zweimal. Oh, 75 Münzen. Uiih, 250 Münzen. Naja, das war ja anscheinend nicht so gut. Nochmal drehen. Ah, 150. Was haben wir noch? Eine Kiste haben wir noch. 1 Euro bezahlen und dann kann man 15 Münzen nur kriegen. Ah ne, bei 1 Euro kannst du mehr kriegen. Naja, egal. Seltene Kiste. Was für ein Köhl ist da drinne? Durch. Köl. Ok. Ich habe noch einen Dreh bekommen. Was kriege ich jetzt? Ach, ich habe wieder 52. Probe los habe ich nicht. 500.000 kostet ein. Einmal Rubel? Lieber nicht. So viel Geld habe ich gar nicht. Wie viel habe ich? Wo steht das da? 45.000. Ok. Dankeschön für die Spende. 12.000, 1,2 Euro. 2, 3 Euro. 1,3 Euro. 2,3 Euro. 1,3 Euro. Traditioneller Kühl, ok. Ein Pokal habe ich. Was kriege ich dafür? Oh, Glücksrad drehen. Schon wieder. Hatte ich auch vergessen einzulösen. Wie kommt man da jetzt hin zum Glücksrad drehen? Minispiele, oder? Drehen und gewinnen. Da. Schon wieder 150. Lucky Shot. Einmal frei. Oh. Da muss ich mit der gelben Kugel hin. Ich würde sagen so. Und so schnell. So langsam. Okay. Will ich anschauen? Kann ich mir Geld abholen? Ich denke, ich denke. Oh, ihr geht. Oh. Das stand wieder bei Kölz, habe ich einen voll, ich denke mal, der meint den Krokodilköl. Spielen wir. 200 Münzen. Gut, dann muss ich mal schauen. Moskau habe ich fertig, Sydney habe ich fertig, London, Tokio. Dann schauen wir mal. Ich fange an. Die Halben. Noch fünf Kugeln. Okay. Die Uhr tickt. Hm, wie schlecht. Hm, so müsste der Klock nicht passen. In die Seite, da schreibe ich immer voll die Probleme. Oh. Hm. Chat, was kann ich eingeben? Smiley. Yeah. Ja. Ist gut. Hat alle weggeräumt. Nach oben links in die Ecke. Weiße, roll weiter. Da, Mist. So. Eine Runde verloren. Tokio. Tokio. Ähm. To little Musik. To carbohidorial. Tohanger. Ostern tohanger. наяcznie. Tohanger. Ne проц Zucker Solid. Ich brauche kein anderes Bild, ich bleibe bei meinen Redog. Na warum steht da eine 1, was muss ich hier machen, damit das die 1 weg ist? Ah hier ja das, oder? Egal. Heute ist der 13. Oh, morgen gibt es eine Vegas-Kiste, das ist ja cool. Was gibt es Weihnachten? Auch eine Vegas-Kiste. Oh, der 31. Ich wollte mir vorhin mal die Kühlzeit schauen. Aber... Ah, jetzt hier geht das. Pro-Werte. Die Beine habe ich. Das war's ja. Ich war... Ich dachte ich hätte mehr. Das war's ja. Das war's ja. Hier kann man noch Kühls kaufen. Irgendwann... Der Deutsche Kühl... Sind die alle gleich, nur eine andere Farbe drauf. Sprich die von der Fahne. Ach, hier im Besitz. Die habe ich halt. Mit denen spiele ich immer. Meistens. Ne, gerade hatte ich einen anderen drin. Naja, egal. Egal, egal, egal. Stunnerot. Ne, guck mal. Guck mal. Ne, guck mal. Ne, guck mal. Ne, guck mal. Hm, ich probiere auch was so raus. Volle Bulle. Die ganzen. Oder ich nehme die halben. Schauen. Zweihalbe. Schauen. 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 Ich bewegt sie weg. oder gar nicht sich dazu da. jetzt wird es schwierig ja klar mach weiter so da muss es hier vorne gehen müsste ungefähr passen hoffe ich fehler warum setzt du die da hin ich hätte sie doch hier unten hingesetzt ok so passt es auch er möchte 8 einlachen ja ja Nach da oben rechts. Jawohl, ich habe gewonnen. Oh, er war Level 49. Experte. Nicht schlecht. So, ich brauche noch 5 Kugeln, also eine Runde muss ich noch spielen und dann war es das auch schon für heute. Die 10 Minuten sind auch schon um. Ach, die Kiste ist schon alles voll. Komm, dann bezahlen wir. Okay. Oh, cool. Krokodilköl kann ich aufleveln. Das war Moskau. Freischalten. So, Krokodilköl. Verbessern. Oh, ein Silberrahmen. Kim Avatar. Tokyo. Es geht weiter. Ah. Ist auch mal der andere Anfang. Okay. Kein rein. Okay. Bei mir auch keine rein. Also erstmal durcheinander hauen. Also erstmal durcheinander hauen. noch was hinterher sagen. Gib alles. Na gut. Ich habe die voll. und. So. Mit viel Schwung. Ah. So habe ich es mir eigentlich nicht überlegt. Ich muss fünf Kugeln einlochen. Ok, oben links die ist safe. Und jetzt kann ich die rote wenigstens reinhauen. Wenn ich die haue, fliegt die braune weg. So. Whhh. Ach. Also. Ich bin Dach. Wo ist das? Oh, ich bin Dach. Wie ist das? Ich bin Dach. Ich bin Dach. Ich bin Dach. Und jetzt kann ich das? Ich bin Dach. Da. Ich bin Dach. Auf dem Dach. ... ... ... Hey. Kölnwechsel. Ich muss noch zwei einlochen. Du darfst noch nicht fertig machen. Nein. Jill, das kannst du mir nicht antun. Und den links. Das wird gefährlich. Okay. 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 Das wird doch nichts. Der ist schon über die Hälfte drüber. Okay. 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 ein doch So, jetzt musst du aber gewinnen, Jill. Da hinten? Ui. So, müsste es bei euch passen. Wow, ich habe doch noch gewonnen. Hätte das einer gedacht, ich nicht. Hm, ich habe doch gerade gegen Schlegel gekämpft. Wo steht der jetzt? Sukhoa? Keine Ahnung. Jawoll. Jo Leute, dann war es dann für heute. Ne, ist gerade kein Spiel mehr. Mir fehlt nur noch ein Sieg. Dann bin ich in Las Vegas. 50.000. Gut, gut, gut. Okay. Da habe ich noch mal zwei Sachen. So, die Kiste auspacken. Achso. Die hätte ich hier reinbekommen wahrscheinlich, ne? Naja, egal. Ein Las Vegas Spiel fehlt mir noch. Ich hätte mal Best an der Liga. Ah, nur für exklusive Pro-Mitglieder. Oh, da muss ich auch wirklich noch sehr viel üben. Na gut, egal. Für mich war es das hier für heute. Ach, noch ein Minispiel? Okay, dann spielen wir noch mal. Okay, denn gerade haben wir die Hälfte gehabt. Das war es zu wenig. Und das war es zu viel. Habe ich nicht. Hatte ich nicht die Hälfte gehabt oder hatte ich was anderes? Naja, immerhin. 50.000. Überraschungsgäste. Ah, noch ein Dreh. Was kriege ich denn jetzt? Wieder 150 Münzen. Oder 75. Oder 50. Oh, 500. Das ist jetzt alles. So, jetzt haben wir weg hier. Schließen wir das Spiel. Holen wir das Ticket ab und ich sage Dank für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Video seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschö-tö-tö-tö.